Worum geht es jetzt hier bei der Frucht? Sie bringen die Frucht nicht zur Reife. Nun, die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 11, Vers 30, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Das ist ein Parallelismus. Also es wird zweimal das gleiche gesagt, nur anders ausgedrückt. Zum einen ist es Poesie, zum anderen will uns die Bibel dadurch erklären, was damit gemeint ist. Also die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens, was bedeutet das? Und der Weise gewinnt Seelen. Also ein Weiser, ein Gerechter, wenn du Christ bist und weise sein willst, anders ausgedrückt, dann solltest du Seelen gewinnen gehen. Das wird deine Frucht sein. Seelen, weitere Christen, Menschen, die du für Christus gewinnst. Das ist, worum es geht. Unsere Frucht sind nicht irgendwie unsere guten Werke. Und das ist ganz wichtig. Unsere Früchte, das sind nicht gute Werke, sondern unsere Frucht, die wir bringen sollen, das sind weitere Christen. Wir sollen Menschen retten, das Evangelium verkündigen. Und viele Leute verwechseln das mit der Frucht des Geistes. Aber die Frucht des Geistes ist die Frucht des Geistes. Das ist nicht unsere Frucht, die wir bringen, sondern es ist die Frucht, die Gott bringt durch seinen Geist. Hier geht es aber darum, dass sie Frucht bringen, diese Menschen, oder eben nicht Frucht bringen. Wenn wir Frucht bringen, dann geht es darum, dass wir Menschen retten, ihnen das Evangelium verkündigen. Das ist unsere Frucht. Das sind unsere Kinder im Glauben sozusagen. Davon spricht die Bibel auch. Alles bringt nach seiner Art hervor. Und deswegen sagt die Bibel auch, dass ein guter Baum gute Früchte bringt. Ein schlechter Baum aber kann keine guten Früchte bringen. Woran liegt das? Ein guter Baum, ein geretteter Christ, der wird wohl was für eine Frucht haben. Was wird er für Nachkommen haben? Weitere Christen, im geistlichen Sinn natürlich. Aber ein schlechter Baum, ein falscher Prophet, was wird er für Nachkommen haben? Was wird er für Kinder haben? Kinder des Teufels, Kinder der Hölle. Falsche Christen. Die glauben, sie seien gerettet, sind es aber nicht. Oder noch schlimmer, die von Gott verworfen sind. Alles bringt nach seiner Art hervor. Wenn ein Christ, ein wiedergeborener Christ, das Evangelium verkündigt und dadurch jemanden rettet, dann hat er nach seiner Art hervorgebracht. Dann hat er einen weiteren Christen gemacht. Wenn ein falscher Prophet aus seiner Sicht das Evangelium in Anführungszeichen verkündigt, aber ein falsches Evangelium, dann wird er keinen Christen hervorbringen, sondern er wird nach seiner Art hervorbringen. Er wird ein Kind der Hölle hervorbringen. Unsere Frucht, die muss uns gleich sein, weil alles noch seine Art hervorbringt. Deswegen, unsere Frucht sind nicht irgendwie gute Werke. Unsere Frucht sind weitere Christen als wiedergeborene Christen. Und die Frucht des Geistes, das ist das, was der Geist hervorbringt. Und das sind so Eigenschaften wie Liebe, Sanftmut, Freundlichkeit. Und da sagt die Bibel aber nicht, dass es die Früchte sind, sondern das ist die Frucht des Geistes. Also all diese eigenen Eigenschaften werden als singular zusammengefasst die Frucht des Geistes. Das heißt, entweder du wandelst im Geist und hast alle diese Eigenschaften oder du wandelst nicht im Geist und hast keine dieser Eigenschaften. Und das ist eben das, was Gott hervorbringt, weil es nämlich Gottes Eigenschaften sind. Deswegen ist das die Frucht des Geistes, weil es Gott entspricht. Das entspricht aber nicht unserer sündigen Natur, sondern es entspricht Gottes Natur. Das ist, was der Geist hervorbringt, wenn wir im Geist wandeln. Und das ist wichtig an der Stelle klarzumachen, dass es hier nicht bei der Frucht im Gleichnis des Selmann, dass es hier nicht um gute Werke geht. Leute sagen, das sind gute Werke, ein verändertes Leben. Aber das steht hier nirgendwo. Das lässt sich nicht mit der Bibel beweisen. Was ich bewiesen habe, ist, dass die Frucht des Gerechten ein Baum des Lebens ist. In der Weise gewinnt Seelen, das, was die Bibel sagt. Und wir lesen eben auch, dass ein guter Baum gute Früchte hervorbringt. Ein schlechter Baum aber kann keine guten Früchte hervorbringen. Warum kann er es nicht? Weil gute Früchte wiedergeborene Christen nicht seiner Natur entsprechen. Nicht seiner Art entsprechen. Er ist selbst nicht wiedergeboren. Und die Frucht des Geistes ist eben singular. Was wir aber hier lesen ist, in Matthäus Kapitel 13, Da heißt es dann, in Vers 23, auf das gute Erdreich gesät, aber es ist bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht und der eine trägt 100 Fältchen, anderer 60 Fältig, ein dritter 30 Fältig. Hier geht es um mehrere Früchte. 100 Fältig, das sind mehrere. 60 Fältig, mehrere, 30 Fältig, das sind mehrere. Es geht hier nicht um die Frucht des Geistes, sondern es geht um mehrere Früchte. Es geht um mehrere Menschen, die gewonnen werden für Christus. Aber was macht der, bei dem es auf den Felsenboden gestreut war? Oder der, bei dem es unter die Dornen gesät war? Was macht der? Bringt er Frucht? Nein, der bringt keine Frucht. Bedeutet das, dass er nicht gerettet ist? Jetzt kommen wir eben zu dem, was die Irrlehrer behaupten. Die Irrlehrer behaupten, siehst du, die haben keine Früchte, deswegen waren sie nicht gerettet. Sagen die Leute, die selbst keine Früchte bringen im biblischen Sinne. Die sich selbst nicht geistlich fortpflanzen. Die selbst nicht Seelengewinn gehen. Wenn du keine Frucht bringst als Christ, dann bedeutet das ganz einfach, dass du gar nicht Seelengewinn gehst. Dass du gar nicht den Missionsbefehl erfüllst, dass du nicht Gott zugehorsam bist. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass du nicht gerettet bist. Denn rate mal, was du tun musst, um gerettet zu werden. Glaube an den Herrn Jesus Christus, du wirst gerettet werden, du und dein Haus, das ist alles. Glaube allein. Aber wir sollen natürlich Gott dienen, das, was Gott von uns möchte. Wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln. Und wenn du gerettet bist und weißt, dass du Seelengewinn gehen sollst, dass es der Missionsbefehl ist, der allen Christen gilt, und du es trotzdem nicht tust, dann wird dich Gott hart bestrafen in diesem Leben. Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 5, Ein Christ, der nicht wirklich salzig ist, sondern der Pfade ist, dessen Leben ist sinnlos. Denn Salz, das Pfade ist, was soll das? Salz muss salzig sein. Pfades Salz, was ist das? Das wirft man weg. Das ist das Bild, das Jesus hier nutzt. Und genauso sinnlos ist auch unser Leben, wenn wir nicht für Gott leben, wenn wir nicht Jesus Christus dienen und am wichtigsten das Evangelium verkündigen.